Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo auch liebe Odyssey-Gemeinde, hier wieder eine kurze Wortmeldung zum Wochenbeginn. Ja, Sie kriegen es ja mit, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist in vollem Gange und ja, auch die deutsche Nationalmannschaft hat mittlerweile ihr zweites Länderspiel absolviert. 1 zu 1 gegen Spanien, da kam dann ein Unentschieden raus, der erste Punkt wurde errungen und ja, manch einer hatte sich ja schon erhofft, dass die deutsche Nationalmannschaft doch gegen Spanien sang- und klanglos aus diesem Turnier scheiden möge. Das ist nun nicht geschehen, also noch sind alle Möglichkeiten da, noch hat die Nationalmannschaft alle Chancen im Turnier zu bleiben. Nun, T-Online berichtet, das wollte ich Ihnen noch wiedergeben, die Partie gegen Spanien lief zur besten Sendezeit im ZDF und erreichte 17,05 Millionen Menschen an den TV-Geräten. Das entsprach einem Marktanteil von 49,3 Prozent. Tja, das klingt jetzt erstmal viel, ist es aber nicht, wenn man diese Zahlen mit den Zuschauerzahlen 2018, Fußball-Weltmeisterschaft in Russland vergleicht. Da haben sich nämlich insgesamt zu jedem Länderspiel in der Vorrunde der deutschen Nationalmannschaft insgesamt mindestens 25 Millionen Menschen vor den Fernsehern zusammengefunden. Ja, also kann man davon ausgehen, dass jetzt mindestens ein Drittel der Zuschauer von damals dieses Jahr nicht dabei sind. Ich finde, das ist ein gutes Zeichen, also man möchte sich mit dieser Truppe einfach nicht mehr identifizieren. Dafür hat sich die Truppe, dafür haben sich diese Fußballspieler politisch einfach viel zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, also es gab ja auch schon im Vorfeld zu dieser WM die ein oder andere Stimme, die da gesagt hat. Ja, nee, also das möchte ich mir nicht angucken. Also man hat ihr Heuchelei vorgeworfen, also der Nationalmannschaft. Die einen fanden es schon unangebracht, dass die deutsche Nationalmannschaft überhaupt an dieser WM in Katar teilnimmt. Also in einem Land, in dem Menschenrechte eher kleingeschrieben werden. Andere warfen dieser Nationalmannschaft vor, dass sie sich eben doch für politische Agenden missbrauchen lässt. Sprich, die, ja, Regenbogenarmbinde, von der viele schon vor Jahren gesagt haben, dass Manuel Neuer sie in Katar garantiert nicht tragen wird. Und ja, es ist passiert, er hat sie nicht getragen. Stattdessen hat man sich zu dieser Geste verleiten lassen. Ja, wie peinlich und lächerlich das ist, das wissen Sie ja selber. Aber nun, sei es drum, warten wir ab. Vielleicht wird die deutsche Mannschaft ja durch Costa Rica aus diesem Turnier weggedemütigt werden. Das kann ja immer noch sein. Wer weiß, also ein Unentschieden würde ja reichen, dann wäre die Mannschaft raus. Ja, und viele Leute würde es freuen. Ja, wie dem auch sei, wir hatten es in den letzten Wochen immer mal wieder erwähnt, auf der ganzen Welt brodelt es. Überall kommt es zu Massenprotesten, überall kommt es zu Kundgebungen, die, ja, Ausdruck darüber geben, dass die Menschen auf dieser Welt mit ihren jeweiligen Regierungen nicht zufrieden sind. Also genannt sei hier beispielsweise Brasilien, wo Millionen Menschen auf die Straße gehen, um beispielsweise gegen das, ja, Wahlergebnis der letzten Präsidentschaftswahl zu demonstrieren. Aber wir hatten es ja auch immer mal wieder erwähnt, auch in China schien sich da etwas anzudeuten. Bei Telegram, ich hatte es Ihnen ja regelmäßig gesagt, bei Telegram tauchten schon in den letzten Wochen immer mal wieder Videos aus unterschiedlichen Regionen des Landes auf, in denen die Leute ganz offensichtlich gegen das, in Anführungsstrichen, Corona-Regime der kommunistischen Partei zu opponieren begannen. Ja, und nun nach Wochen der Berichterstattung über Telegram ist nun endlich auch Bild darauf gekommen, dass man darüber doch vielleicht mal berichten könnte. Ich möchte zitieren. Die Proteste in China weiten sich auf Wuhan aus. Nee, nee, Entschuldigung, da habe ich mich verdahmen. Historische Proteste in Shanghai und Peking. Corona-Revolte gegen China-Xie. In der Millionenmetropole Shanghai sind am Samstag mehr als tausend Menschen gegen das kommunistische Regime und dessen knallharte Corona-Politik auf die Straße gegangen. Am Sonntag demonstrierten laut Augenzeugen berichten 200 bis 300 Menschen an der Tsjonghua-Universität in Peking. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten forderten die Demonstranten, die kommunistische Partei und Diktator Xi Jinping zu stürzen. Ja, wie gesagt, es geht rund in China und ja, ich kann es Ihnen an dieser Stelle immer nur wieder empfehlen. Legen Sie sich Telegram zu und halten Sie Ausschau nach entsprechenden Kanälen, auf denen eben Informationen geteilt werden, die Sie in den Massenmedien vielleicht erst etwas später erfahren werden. Naja, und wie gesagt, die Videos diesbezüglich sind doch recht zahlreich und man sieht auch wirklich, da geht es sehr, sehr handfest zu. Also die Leute reißen da eben Barrikaden ein, die Leute fangen an, auf die Sicherheitskräfte einzuschlagen. Das nimmt schon handfeste Formen an und ja, es bleibt weiterhin spannend, was da noch passiert. Also es gab ja nicht wenige Leute, die gemutmaßt haben, dass Xi Jinping vielleicht doch nicht so fest im Sattel sitzt, wie man es hierzulande gerne glauben möchte. Nun und eine andere Meldung, auch bei der Bild-Zeitung, die offenbart wieder einiges. Ich möchte zitieren, so hilft Apple der China-Diktatur. Ich zitiere, in Chinas Metropolen entflammen historische Proteste gegen das Regime. Die Demonstranten rufen nieder mit der kommunistischen Partei, nieder mit Xi Jinping. Auf ein bislang wichtiges Kommunikationsmittel müssen die Protestierer dabei aber verzichten. Denn Apple machte kürzlich einen Kotao, zu deutsch eine Verbeugung vor dem chinesischen Regime. Der Tech-Riese hat mit seinem jüngsten iPhone-Update eine heimliche Änderung eingeführt, die Proteste eindämmen soll. Das berichten unter anderem Bloomberg und der Guardian. Konkret geht es um die Dateifreigabe-Funktion, AirDrop. Mit Hilfe dieser Technik lassen sich Dateien mit anderen Apple-Geräten in der Nähe austauschen. Das Besondere, AirDrop funktioniert am Internet vorbei, schickt die Daten über ein lokales Netzwerk. So konnten Demonstranten in autoritären Ländern die Zensur umgehen. Tja, da fragt man sich, was reitet hier eigentlich Apple? Und da scheinen wohl die, wie soll man sagen, die finanziellen Interessen, die man da in China hegt, doch größer zu sein als die Werte des Westens. Freiheit, Demokratie und so weiter. Für Apple alles gar kein Thema mehr. Man macht, wie gesagt, den Kotao vor dem Regime. Interessant, also wer von Ihnen immer noch ein Apple-iPhone besitzt, der sollte sich vielleicht mal Gedanken darüber machen, ob nicht die Anschaffung eines anderen Handy-Anbieters sinnvoll wäre. Ja, meine Damen und Herren, er hat sich ja lange nicht mehr zu Wort gemeldet. Sie kennen ihn alle, Karl Lauterbach. Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister, derjenige, der uns durch die Pandemie geleitet hat, sicher und zuverlässig und souverän. Und nun meldet sich, wie gesagt, Karl Lauterbach wieder zu Wort und erzeugt dabei einiges an Gelächter. Ich möchte zitieren aus einem Tweet, den er gestern Abend veröffentlicht hat. Sehr spannender Artikel. Ad Cornelius Römer und Ad Imperial Peacock. Zur Zukunft Corona-Pandemie. Ein Szenario ist Omikron-Sackgasse durch konvergente Mutationen. Das wäre gut. Aber es gibt andere Szenarien, zum Beispiel Varianten-Mix oder Delta-Weiterentwicklung. Ja, jetzt geht es gar nicht so sehr um den Inhalt dieses Tweets, sondern vielmehr um die Verlinkung dieses Herren oder dieser Frau Imperial Peacock. Denn Imperial Peacock ist ein, wie man so schön sagt, Erwachsenen-Unterhaltungs-Account bei Twitter. Also da geht es um nichts anderes als um Pornografie. Nur damit Sie wissen, wo sich unser Gesundheitsminister in seiner, ja, raren Freizeit noch so herumtreibt. Jetzt wissen es alle. Ja, und wie gesagt, Karl Lauterbach wird ja nicht leise. Also wenn er einmal losgelegt hat, dann richtig. Dann ist er kaum zu bremsen. Ja, und so hat er am gestrigen Tag außerdem noch getweetet. Ja, jetzt könnte man sagen, was treibt den Mann, was will der Mann uns mit diesem Tweet sagen? Nun, ich denke, Herr Lauterbach möchte dafür sorgen, dass wir auch weiterhin in Panik bleiben und ihn als den Retter in der Not betrachten, als den nötigen Retter in der Not. Denn Gefahr droht ja. Dabei stellt sich einem dann natürlich auch wieder die Frage, also der ein oder andere geneigte Zuschauer oder Zuhörer wird sich die Frage stellen. Nun, wenn jetzt dieser Permafrostboden auftaucht und auf einmal Tiere zum Vorschein kommen, die vor 10.000 Jahren in Teilen der Welt gelebt haben, wo Leben heute nicht möglich ist, dann fragt man sich, was um Gottes Willen haben die Menschen eigentlich vor, ja, über 10.000 Jahren getan, dass es so warm gewesen ist auf dem Planeten Erde, dass in bestimmten Regionen, wo heute kein Leben möglich ist, Leben möglich gewesen ist. Und ja, aufgrund des Klimawandels demnächst auch wieder möglich sein könnte. Ja, also, das sei mal so dahingestellt, machen Sie sich Ihre eigenen Gedanken. Vielleicht noch ein Zitat eines Journalisten und Autor, nämlich Bian Mouini, Jurist und Schriftsteller. Der wurde vom Deutschlandfunk zitiert, auf einer kleinen Kachel, auf so einem Mem. Die letzte Generation wird nicht nachlassen. Da ist es umso wichtiger, dass die Staatsgewalt sich mäßigt. Denn die letzte Generation ist gerade keine RAF. Ihre gewaltsame Unterdrückung aber könnte sie dazu machen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich das zu interpretieren habe. Ich weiß auch nicht, wie Sie das zu interpretieren haben. Aber ganz offenbar möchte dieser Herr, Jan Mouini, Jurist und Schriftsteller, dass der Rechtsstaat, dem wir ja alle untergeordnet sind, dem wir alle zu gehorchen haben, dass der Rechtsstaat hier nun vor den Leuten, die den Verkehr blockieren, die Flughäfen lahmlegen, ja, die dafür sorgen, dass Rettungseinsätze nicht adäquat durchgeführt werden können, dass diese Leute doch bitte mit Samthandschulen angefasst werden mögen, damit die nicht, naja, noch krimineller werden. Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, meine Damen und Herren, Also das Wochenende war ja doch sehr, sehr, sehr ereignisreich. Vielleicht haben sie es mitgekriegt, aber zwischen Selinsky und Klitschko kriselt es gewaltig. Die Bild-Zeitung hat berichtet, dass es sich bei diesen beiden, also Klitschko, den Bürgermeister von Kiew und Selinsky, den, ja, denjenigen, der jetzt gerade den Staatschef in der Ukraine mimt, dass es da ja doch eine Erzfeindschaft geben soll. Ich werde es jetzt heute mir noch mal genauer angucken, worum es da geht und vielleicht reden wir ja auch schon morgen darüber. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, wir bringen ein sehr, sehr libertäres Heft heraus. Und jetzt suche ich schon wieder ein Exemplar hier. Ah ja, da ist es ja. Eigentümlich frei, spiegelverkehrt, weil ich das hier mit meiner Handykamera aufnehme. Eigentümlich frei, da stehen sehr viele, sehr gute, libertäre Artikel drin. Wenn Sie das interessiert, was Libertarismus ist, wofür wir stehen, wenn Sie uns vielleicht auch unterstützen möchten, dann bitte ich Sie, erwerben Sie doch eines dieser herrlichen, sehr guten Hefte. Machen Sie sich schlau, ne? Und ansonsten, Sie wissen, ich will der größte Schlagerstar dieses Universums werden und außerdem bin ich Poet, aber naja, vergessen wir das, das dann morgen. Naja, wie gesagt, Sie wissen, ich will der größte Schlagerstar dieses Universums werden und darum verlinke ich an dieser Stelle immer wieder diese beiden Videos. Ich liebe CO2 und Steuern sind Raub. Mit der Bitte, klicken Sie drauf, schalten Sie ein, teilen Sie diese Videos mit aller Welt, damit aus mir doch noch der größte Schlagerstar dieses Universums werden wird. Ja, dafür danke ich Ihnen vorab. Alles Gute, bis morgen und tschüss. Alles Gute, bis morgen und tschüss.